25.406 Kilometer bis Naschik. Mehr als 2,7 Milliarden Menschen haben über den Boden gesprochen seit dem 21. März. Ich war auf der COP 15 bei der 197 Vertragsparteien einschließlich der Europäischen Union. Der CARICOM und der Commonwealth-Nationen anwesend waren. Die Rette-den-Boden-Politik hat sie alle erreicht. Die meisten Nationen werden sich sowieso dafür einsetzen. Dessen sind wir uns jetzt sehr sicher. Mit 2,7 Milliarden Menschen, die sprechen, aber ich möchte 4 Milliarden Menschen. Hallo, ihr Menschen aus Naschik, werdet ihr das für mich tun? Vielen Dank. Vielen Dank.